Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom. Ja, wir sind hier immer noch in der Schmelze, in dieser Gießerei und wir müssen die Kerzschmelze verhindern. Was uns der gute Samuels aufgetragen hat. Oh, den haben wir hier. Halt, warte, warte, warte. Oh, ich sterbe. Geh weg. Ja, genau. Nein. Geh weg, geh weg. Ja, warte. Du lach. Hochschien, hier, hochschien, hier. Ja, warte. Ja, warte, warte. Ja, warte, warte. Ja, warte, warte. Und ins Rückfahrt. Ja, warte. Wo ist er? Oh, ich mag die Typen überhaupt. Ich habe sie schon erwähnt. Oh, nee. Wenig Munition. War hier nicht noch was? Nee, habe ich schon aufgenommen. Da runter oder hier? Oh, die Geräusche. Richtig gut. Da ist man hergekommen. Warte mal. Da oben war was Gelbes, ne? Ich gehe erstmal da lang. Dann setz dich mal in Ruhe hin. Wow. Habe ich mich verjagt? Das hat man, glaube ich, gar nicht gemerkt. So, 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 so. Zapp, zapp, zapp. Denken Sie dran. Der Blinderad beobachtet Sie. Ja, ja. 24. Okay. Konzentration und Engagement. Boah, schubi das so ein. Warte mal. Kettenwege her. So. Mal Geld nachgeladen. Zack, zack. Gibt es denn mal ein paar Bockfutzen hier? So. Heu, heu, heu. Der Blinderad. Ja, ja, der Blinderad, der Blinderad. Nix da. Ah, haben wir doch gewusst. Ah, so süß. Ach, das war's schon. Warte mal, kein Abbouncen. Wir sind Max. Achtung, Ferntemperatur steigt. Hey. Sommer nicht gewettet. Ist immer auch voll. Ah, hier wird es ein bisschen schwieriger mit dem Rumspringen. So. Hammer. Da kann man nicht rein. Noch nicht. So, mal kurz auf die Karte. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Breton-Typen. Okay. Sieht aus, als ob man da irgendwo hoch springen könnte. Wo haben wir den denn? Wir gehen jetzt mal runter und erledigen dieses Ei. Wir wollen das Ei zerlegen. So. Wir kommen ja hier. Und los geht's. Oh, nee, oder? Oh, kein Stoff. Nein, warte, warte, warte. Das ist auch mal nicht gewettet. Ganz kurz. Jawohl. Ein Affenarsch. Die sind so brutal stark. Demonische Bedrohung reduziert um 50%. Sehr gut. So, hier geht die Tür auf. Ah, die blaue Karte. Sehr gut. So. Nehmen wir mit. Sehr gut. So, ganz kurz auf die Karte. Wegen diesem einen. Warte, jetzt muss ich doch hier irgendwo rüber gehen. Wie komme ich da hin? Da ist nochmal so ein Manneken. Voll cool. Oder ich gehe aber jetzt mal wegen diesem Bretonanzug. Die Marke brauche ich noch. So. Hier ist die Map. Ganz kurz. Wo bin ich jetzt? Okay. Eine Ebene zu tief. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Warte mal, ich gehe mal hier lang. Ah, warte. Oh. Sehr gut. Kann das sein, dass man hier durchkommt? Nee. War gar nicht. Okay. Okay. Alter, verarsch mich doch nicht. Oh, hab ich mich gerade verjagt. Wow. Sehr gut. Wo geht das da hoch? Noch mal ganz kurz gucken. Nee, das muss da drüben sein. Quasi, wenn ich jetzt hier durchgehe. Ah, warte mal. Da ist doch was. Ja wunderbar, genau den Durchgang haben wir gesucht und da hockt er auch schon. Haben wir das auch schon gelöst, sehr gut. Gut. Okay. So, ich stiefel trotzdem jetzt nochmal nach oben. So, das war der Kumpel. Boah. Ah ja. Das ist eine blaue Tür. Genau. Das war's. Das war's. Das war's. Da kommt doch gleich wieder so ein dicker, oder? Ist ja jetzt doof gewesen, wenn die angegriffen worden wären. Warum läuft hier noch die Musik? Okay, das war jetzt komisch. Oh, das war doch mal. Oh, das war doch mal. Oh, hau doch mal ab hier! Oh, hau an! Warte, warte, F! F! Ja! Oh, Gott sei Dank! Wow! Ich hasse dich, Alter! Der Strom reduziert um 65 Prozent. So. Mit Ihrer Hilfe werden wir einen Paradigmenwechsel herbeiführen und die Menschheit in die Zukunft führen. Oh, was ist mit dem los? Schwere los, hm? Jessica aus der Personalabteilung kann Ihnen dabei helfen. Ha, Jessica. Ja, ja. So, wo muss ich jetzt hin? Warte mal, da hinten war doch eine Tür, gell? Ne, da komm ich ja da rein, okay. Da drüben. Waren wir da schon? Halt, warte mal, hier war doch irgendein Weg, der nach unten führte. Da. Genau diesen. Oh, hier waren wir hier schon mal. Ach, was ist mit hier? Du krabbelst hoch. Huch! Hm. Ich lasse mich wieder zu sehr ablenken, merke ich gerade. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas interessantes? Ah, warte mal. Ich bin jetzt hier unten. Oh, warte mal, wie kann ich denn das drehen? Ähm. Ja, gut. Ich bin auf jeden Fall da unten. Und da ist noch so ein Manneken. Den wollen wir aber auf jeden Fall haben. Nehme ich dankend an. Merci. Ah ja. Okay, waren nur Nebengeräusche. 分apern. Was ist sicher? Wur XL. Wo ist er denn da? Okay. Laut Musik müsste hier noch was sein, ne? Komm ich da hoch? Ja. Jawohl, noch mal Benzin, ist sehr gut. Ups, ne, blöderweg, blöderweg, ganz blöderweg. Oh. Alter, tu ab, ey. Das ist denn nicht richtig mit dir. Zack. Der hält auch ganz schön viel aus. Wow. Dämonenpräsenz auf minimal reduziert. Abriegelung aufgehoben. Okay. Turbinenraumtüren jetzt offen. So, warte mal. Das ist doch hier auch wieder so ein... ...Geheimnis, oder? Oh. Zapp, zapp. Ne, aber wir haben die Rüstung. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ich hasse es. Warte mal, kann ich gleich da rüberspringen? Ja, kann er. Uh, sehr gut. So, das kleine Manneken. Das muss doch hier auch noch irgendwo sein. Dieses kleine Manneken. So, wo ist das denn? Kurz auf die Karte. Ah, das ist da oben. Okay. Dann gehen wir hier nochmal zurück. So, warte mal. Okay, jetzt bin ich hier oben. Kann man das nicht irgendwie... Ah, so kann ich es drehen, jetzt halt. Ah, okay. Das muss man doch einem sagen. Das steht nämlich da unten gar nicht. Warte. Ah, das kann nicht so leicht. Das müsste ja theoretisch schon irgendwo hier mit hinten sein, oder? Ja. Ah, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Haben wir denn jetzt eigentlich alle Geheimnisse? Ne, eins fehlt noch und ein Präthornanzug. Ah, hier ist noch ein komplett unerforschtes Ding, okay. Aber hier sieht das ganz gut aus, ne? Da unten haben wir auch noch ein komplett unerforschtes Areal. Warte, so. Was ist das für ein Geräusch? Ihr Engagement bei der Mars-Mission der US-Mission ist der Grundschweinverbruch. In der Hilfe werden wir einen Architmenwechsel herbeiführen und die Menschheit in die Zukunft... Die ist aber gut, ne? Ja, ohne die Munition verbraucht, die ich weiß. Oh, was haben wir denn hier? Da meint ihr es erschrecken können, gell? Achtung, Kerntemperatur überschleigt kritische Grenze. Wo, 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 wo. Oh, das gibt... Ah, das gibt ein Glück beim Kieferorthopäden. Hey, warte mal. Oh man, meine Gesundheit. Oh man, meine Gesundheit. Ah, scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Fuck. Nein. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, das reicht nicht. Nein. Jawoll. Uh. Da müsste aber, glaube ich, nur noch einer kommen, oder? Was ist er denn? Ich bin jetzt hier. Ah. Untertitelung. BR 2018 Schön, dass die Musik beim Glorale Kill immer wieder ausgeht, ne? Wunder, gut, frei. Okay. Boah, zwei Stück. Nein. Falsche Waffe. Nein, falsche Waffe. Ah, fuck. Okay, Freunde. Ich mache Ihnen mal einen kurzen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Doom. Ich bin erstmal raus. Ciao. Macht's es gut.